Sie ist bildhübsch, durchtrainiert und eine echte Kämpfer-Natur. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann polarisiert oft durch ihre direkte Art. Bei einem Thema wird die sonst so offene Fiona dann aber doch eher zurückhaltend. Im Interview mit bunte.de verrät die 27-Jährige, warum es zurzeit nur eine Person in ihrem Leben gibt, und zwar sie selbst. Für einen Freund scheint die ehemalige Dschungelteilnehmerin sowieso keine Zeit zu haben, die ist nämlich gerade im Umzugsstress und hat jede Menge um die Ohren. Kein Wunder, dass die quirlige Schönheit bei so viel Stress Prioritäten setzt. So zielstrebig wie jetzt war das Model allerdings nicht immer. Heute hat das Model sein Leben fest im Griff und kommt ganz offensichtlich auch ohne Freund bestens zurecht.